Einen wunderschönen guten Morgen, es ist montags 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Mama, warum darf ich keine Behindertenwitze mehr erzählen? Wach auf die Mama. Weil wir ohne Behinderten keine guten Parkplätze mehr hätten. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Wenn euch gefallen hat, sagt es mir in den Kommentaren. Gebt mir ein Like, teilt ihn auf eurer Facebook-Seite. Und wenn ihr mein Abo da lasst, seid ihr nächste Woche wieder dabei. Beim nächsten Montagswitz. Danke fürs Zuschauen. Schöne Woche.